Und so registrierst du dich auf deiner CON-App. Öffne die App und klicke auf Registrierungsschlüssel. Gib hier den Schlüssel ein, den du aus der Verwaltung oder von deiner Lehrkraft bekommen hast und klicke auf Weiter. Im nächsten Schritt musst du deine E-Mail-Adresse eingeben und bestätigen. Jetzt kannst du deinen Account erstellen. Wir brauchen deinen Namen sowie ein Passwort, welches du dir selbst ausdenken musst. Klicke auf Account erstellen. Jetzt kannst du dich in deinen neuen Account einloggen. Gib deine E-Mail und dein Passwort ein und klicke auf Einloggen. Kleiner Tipp, klicke auf Eingeloggt bleiben, um diesen Schritt in Zukunft zu überspringen. Im allerletzten Schritt erstellst du ein persönliches Verschlüsselungskennwort, um deine App vollständig zu schützen. Denk dir ein Passwort aus, welches sich von deinem Account-Passwort unterscheidet. Geschafft! Viel Spaß mit der Con-App! Beruf dall missing- issue. jotk eiší. Wir machen hier mit dem Augen.